Attraktiv müsste es für mich sein, wenn ich es mit Spaß machen kann, wenn ich zusagen kann, Aufgaben zu übernehmen und wenn ich nicht auf einer Durststrecke lande. Ich kann jetzt nicht aufhören, weil kein anderer macht den Job. Also eine überschaubare Aufgabe in einem absehbaren Zeitfenster auch, wo ich noch Möglichkeiten habe zu sagen, so bis hierhin habe ich euch gerne unterstützt und jetzt würde ich gerne Pause machen oder aufhören. Das Spannende für mich an dem Projekt Attraktives Ehrenamt ist, das nicht nur aus der Sportbrille zu sehen, sondern in Kontakt zu kommen mit anderen Organisationen, die überqualifizierte Leute verfügen, die Beratungsleistungen geben können.